Und so verabschiedet sich das Jahr, wir lassen die Augenblicke hinter uns, in denen wir gemeinsam gelacht, geweint, getanzt und innegehalten haben. Wir sehen uns auf der anderen Seite des Jahres. In den Momenten dieses Jahres spiegeln sich unsere Reisen, unsere Siegel und unsere Leisen, Möge das, was hinter uns liegt, uns lehren, auf ein tieferes Verständnis und eine kraftvolle Verbindung zu dem, was war und uns zu dem macht, was wir heute sind. Wir sehen uns auf der anderen Seite des Jahres.